Den Lieblings-Amp aufdrehen und einen authentischen, gut klingenden Lautsprechersound aufnehmen, ohne Simulationen und ohne die Nachbarn zu ärgern? Mit der Grossmann SG-Box kein Problem. 30 dB Dämpfung klingen im Raum erstmal so. Jetzt nicht an der Lautstärke rumfummeln, das wird gleich deutlich lauter. Wir wissen alle, die Position des Mikrofons vor dem Lautsprecher beeinflusst den Sound, den das Mikro aufnimmt. In der SG-Box ist das alles einfach und komfortabel einstellbar. Mit den schwenkbaren Mikrofonstativen lassen sich alle möglichen Mikropositionen erreichen. Auch der Abstand der Mikros vom Lautsprecher ist problemlos einstellbar. Und für einen anderen Sound lässt sich der Lautsprecher schnell und einfach austauschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Innerhalb von 53 Sekunden ein anderer Sound. Okay, wir rechnen noch 5 Sekunden drauf, weil man ja vorher noch den Deckel abnehmen sollte. Die SG-Box ist für 12 Zoll Lautsprecher ausgelegt. Für 10 Zoll Speaker gibt es einen optionalen Adapterring. In der Standardausführung hat die SG-Box drei Anschlüsse. Zwei XLR-Buchsen für die Mikros und eine Klinkenbuchse für den Lautsprecher. Optional gibt es auch eine Variante für drei Mikrofone und damit noch mehr Soundmöglichkeiten. Natürlich gibt es die SG-Box auf Wunsch auch mit nur einem Mikrofonanschluss. Aber wer will schon einen, wenn man drei haben kann? Die SG-Box reduziert nicht nur den Schall, der durch die Luft übertragen wird. Damit tiefe Frequenzen nicht über den Boden weiter wandern, steht die Box auf vier elastischen Gummifüßen. Alleine bietet die SG-Box eine Dämpfung von 30 dB. Mit dem optionalen Roadcase werden es sogar 40 dB. So, kann jetzt bitte mal jemand diesen Lärm abstellen? Das ist ein bisschen, wenn man einen Lärm abstellen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017